Ich wusste, der Chef würde zornig sein, als ich mich weigerte, an der Singularität zu arbeiten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Ja, da kannst du mal sehen, wie man sich täuschen kann, nicht wahr? Ich hole meine Aufzeichnungen. Mach das. Ich, äh, lese in... Solange hier diese Aufzeichnung. Und sammle es auf. Das ZMG manipuliert den Alterungsprozess von Objekten. Es macht sie... Ich kann es nicht besser ausdrücken. Älter oder jünger. Sogar ein Safe kann mit der Zeit verrotten. Uns geht die Zeit aus. Bitte, manipulieren Sie den Safe mit dem ZMG. Ja, sag das doch gleich. Hm. So funktioniert das nämlich. Ach, das sind deine Aufzeichnungen, ja. Da, nehmen Sie. Das ist ein Prototyp einer E-99-Waffe. Sie kann instabil sein. Aber sie kann das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Ja, ersetzen wir hier die Shotgun, oder? Ich mag die Rifles eigentlich ganz gerne. Seeker. Drücken und halten Sie Maus 2, um das geladene E-99-Projektil zu steuern. Drücken und halten, okay. Dieses Gewehr feuert mit E-99 aufgeladene Munition. Durch die die Zeit sich verschiebt und dem Schützen erlaubt, das Geschoss zu steuern. Mhm. Bullet Time, sag ich ja. Mausrad auf. Seeker ablegen. Äh, warum? 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 Warum hat das abgelegt? Ich verstehe es nicht. Uh, okay. Uh, gib mir doch eine Sekunde zum Üben. Ah, so. Ja, 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 ja. Ich bin tot. Alter, sind schon irgendwie so einige Funktionen und Eigenschaften, die wir jetzt hier irgendwie gleichzeitig kriegen. Okay, probieren wir es nochmal. Ah, wir müssen wieder von hier aus anfangen. Das war blöd. Können Sie sie loswerden? Ja, 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 kann ich. Die Checkpoints, die sind hier so ein bisschen, meh, weiß ich nicht. Aber gut, wir sammeln hier erstmal wieder alles ein. Und, ja. Machen das Ganze nochmal. So. Bitte schön. Ja, jetzt müssen wir das Ganze natürlich nochmal machen. Ich wusste, Demi-Chef würde zornig sein, als ich mich weigerte, an der Singularität zu arbeiten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Mhm. Ähm. Ja, das geht schon. Man muss da irgendwie rechts gedrückt halten. Dann mit links schießen und rechts weiter gedrückt halten. Dann kann man die Munition irgendwie steuern. Aber da muss ich noch ein bisschen üben. Und auf. Das ZMG manipuliert den Alterungsprozess von Objekten. Es macht sich, sie kann mich nicht besser ausdrücken. Älter oder jünger. Sogar ein Safe kann mit der Zeit verrotten. Mhm. Hier kann ich mich gleich verstecken vielleicht. Manipulieren Sie den Safe mit dem ZMG. Kann verstecken nicht, aber... Ein bisschen in Deckung gehen, nicht wahr? Warum Mausrad drehen zum Ablegen? Ich... Ich hab's nicht verstanden, ne? Da, nehmen Sie. Das ist ein Prototyp einer E99-Waffe. Sie kann instabil sein. Aber sie kann das Blatt zu unseren Gutes... Kehr den Lachs. Sieger, yeah, yeah. Ausrad auf, Sieger ablegen. Warum auch immer. So geht das aber auch, ja? Aber sobald ich quasi zoome... Ja, ja, kann ich dann so machen. Oh, ja. Jetzt muss man auch noch jemanden treffen. So, äh. Machen wir hier mal mit der herkömmlichen Waffe erstmal. Na, warte mal. Warte mal, warte mal. Na, wo seid ihr? Da ist einer. Und jetzt hab ich den Seeker da einfach abgelegt... ...und kann ihn jetzt wieder aufsammeln, oder was? Wenn ich den brauch. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen albern. Na ja, komm, dann versuchen wir's nochmal. Ja. Ich meine, so wird's jetzt gedacht sein, oder? Dass wir den jetzt hier einmal einsetzen. Sonst vielleicht ein bisschen Overkill ist... Wie viele Schuss haben wir denn eigentlich? Ich hab' ich jetzt gar nicht aufgeachtet. Zwölf... Ne, einen haben wir noch. Ja, einen im Magazin. Dann müssen wir nachladen. Ja, es geht ganz gut. Es geht ganz gut. Vor allem, man kann sich hier einfach verstecken, weißt du? Und dann schießen... Ah, da rechts war einer. Ach, hier sind ja noch jede Menge. Alter, voll um die Kurve. Eine Banane einfach, weißt du? Bananenförmig geschossen. Das ist gut. Ist nicht so schlecht. Ne, kann ich hier... Warte mal, einmal um die Ecke. Ja, sehr gut. Okay. Aber ich muss das Ding weglegen dann. Das ist ja... Merkwürdig. Ich glaub, das ist einfach nicht zum Mitnehmen gedacht. Sondern jetzt mehr so... Für zwischendurch. Seeker aufnehmen, ja. Nehmen wir's nochmal. Und boom. Und zwei Schuss haben wir noch, wenn ich das richtig gesehen hab. Da ist einer. Ah, ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt hab. Und hier war doch irgendwo noch ein... Kollege, ah, hier sind mehrere. Oh, Mist. Das war ein bisschen... Ungünstig. Da ist die... Das Projektil hängen geblieben. Ja, wie viele kommen denn da noch? Oh. Was sagt der Barisov? Ja, wenn er sich schon so nach vorne wagt, dann wird's das wahrscheinlich gewesen sein. Schätze ich mal. Äh, maximal Erste-Hilfe-Päckchen, ja. Machen wir hier mal so. Genau. Hier ein bisschen sammeln, wäre an sich nicht schlecht. Oh, 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 oh. Da helfen wir dem Kollegen mal. Ja, aber nicht den... Nicht den Barisov treffen. Okay. Äh, genau. Es ist voll. Mein Gott, wir haben jetzt natürlich auch... ...wenig mit den anderen Waffen geschossen. Ist hier noch irgendwas? Äh, hier. Siehst du? Ja, doch, den nimmt er schon auf, aber man muss ganz genau drüber laufen. Ganz genau drüber laufen. Ja, ja, gut. Gut, 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 gut. Das gibt's in 99. Technologie, natürlich ist auch noch eine Kiste. Wenn wir schon mal hier sind, sammeln wir ein bisschen. Und wir mit demnächst vielleicht wieder irgendwie Waffen hochpowern. oder so. So, können wir dir hier irgendwie um die Ecke schießen, helfen? Oder wie ist das? Mal probieren. Schauen wir erst mal ganz kurz hier. Äh, okay. Voll der lange Gang. Hä? Na, sieh, einer an. Hier gibt's noch ein bisschen was. Eine E99 Ampulle. Die haben hier irgendwie auch E99 in allen Formen und Farben, oder? Zumindest in allen Formen. Abgefüllt. Ja, was ist denn jetzt hier? Können wir hier weiter gehen? Bum, 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 lass mich da durch. Alter. Ja, klar, ganz in Ruhe. Einfach mal rein stiefeln. Und mich bei der Arbeit behindern hier. Ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist auf die Range jetzt hier mit der Waffe. Aber naja, gut. Wir haben jetzt eh nicht mehr wirklich viele Kugeln. So, keine Munition. Jetzt muss ich das Ding weglegen, ja. Ist das eine gute Idee? Aha, da ist noch irgendeine Waffe. Haben wir die schon? Ach so, eine neue Seeker oder was? Merkwürdig. Auf jeden Fall kommt die gerade recht, muss ich schon sagen. Ich finde die schon so ein bisschen übertrieben jetzt hier für den Kampf. Haben wir hier noch was? Hier ein bisschen Muni ist aber voll. Ja, gut, sehe ich einen. Sehe ich einen. Ja. Du kannst dich nicht verstecken. Oh, oh, oh. Ja, toll. Einmal darf man, nee, ja, nicht zu nah an einer Leiche vorbeifliegen, weißt du? Sonst explodiert das Ding. Und dann wieder ist die Hitbox einfach zu klein. Jetzt sind wir mit dem Schalterchen. Ähm, ja. Drücken wir mal. Was ist hier da? Ein weiteres Experiment. Aha, wir können Dinge schweben lassen. Oder so. Vielleicht wird das früher oder später noch nützlich. Öffnen, aha. Äh, was? Ich dachte, das ist ein... Ach so, da ist ein Filmarchiv. Ich habe das falsche Objekt angetatscht. Können wir mal kurz Film gucken? Oder wie ist das? Können wir uns eine Minute in Ruhe lassen? Wie? Opens Demonstration. The Deadlock. Es folgt eine Demonstration der praktischen Anwendung meines Durchbruchs bei der Kontrolle der temporalen Störungen durch E99. Der Blockierer ist ein Gerät, das bei Aktivierung die Zeit im Umkreis einfriert. Der Effekt ist zeitlich begrenzt und er kann durch gravimetrische Energie deaktiviert werden. Man kann ihn einfach durch erneuten Einsatz reaktivieren. Das Zeitstörungsfeld bildet auch einen sehr nützlichen Schild. Ich bin sicher, dass wir durch meine Forschung nächstes Jahr eine Waffe haben, die alles, was er bestet hat, bei Weitem übertrifft. Und dann kann der Eroberungszug des Kommunismus beginnen. Für die Sowjetunion! Yes! Sehr schön! Noch eine neue Funktion. Verstehe ich das richtig? Ich weiß nur nicht, wo das Ding ist. Vielleicht da oder so. Ähm... Gucken wir erstmal hier. Ob wir hier noch ein bisschen aufräumen können. Slash müssen. Ich glaube, die sind da drin. Ah, gucken wir erstmal hier. Ah, ja, ja, ja. Das sind doch diese Dinger, oder? Die Frage ist... Ja, 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 genau. Das wäre so ein Schild. Die Frage ist, ob wir da irgendwie rankommen. Ich glaube jetzt so akut nicht. Ah, da sind die. Kann ich denn durchs Fenster schießen? Ja, ja. Es geht, es geht. Wow. Ja, ja, ja. Und boom. Gut. Und um die Ecke. Jawohl. So. Damit ihr auch endlich mal die Fresse haltet. Das... Das nervt ja hier. Das Rumgenöle. Ja, das habt ihr davon. Wer den Otz nervt. Er hat's nicht anders verdient. So, hier. Trebbe. Trebbe steht da. T-R-E-B-B-E. So, was haben wir denn hier noch? Hier, High Five. Ein bisschen. Was? Ein bisschen? Äh, gleich. Gleich, Kollege. Äh, heilen. Wir müssen uns eigentlich kaum, aber... Egal. Nehmen wir mal mit. Oh, waren die überhaupt voll? Keine Ahnung. Müsste eigentlich so sein. So, haben wir noch irgendwas übersehen? Äh, ansonsten. Ansonsten. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir gleich hier an diese komischen Schilddinger dran kommen. Können wir hier aufmachen? Ja. Können wir schon. Können wir hier aufmachen? Auch. Aha. Ja, im Moment kommen wir ja mit dem Seeker ganz gut zurecht. Ist jetzt ja auch wahrscheinlich ein bisschen albern, den abzulegen. Maximale Erste-Hilfe-Päckchen. Genau, genau, genau. Ja. Ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht sinnvoll, den hier liegen zu lassen. Ich werde den jetzt einfach benutzen, bis er leer ist, oder? Hier, genau. Ein Checkpoint. Das ist ganz gut. Ja, hoch oder runter? Hoch oder runter? Hier gibt es auf jeden Fall eine Kiste. Ah. Gut. Hier geht es nicht weiter. Gut. Dann wohl hoch. Beziehungsweise erstmal runter. Und dann hoch. Hat sich ja auch gelohnt. E-99. Pipeline. Da ist nämlich die Pipeline. Da kommt das E-99 raus. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Zeit-Manipulationsgerät. Ist wahrscheinlich nur eine Deckenleuchte. Hm? Aber na ja. Ah, guck mal da. Ein Zeit-Ding-Sie. Ein Riss. Hier trennen sich unsere Wege. Oh, schon? Rechen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich suche Schutz in diesem Turm. Und glauben Sie mir, wir sehen uns wieder. Aktivieren Sie diesen Riss. Er bringt Sie in Ihre Zeit zurück. Okay. Da, in dem Schornstein will er sich verstecken. Wie viel Glück uns beiden. Ja, äh. Ja, auch so. Genau. Hat ja schon uns beiden Glück gewünscht. Da muss ich ja gar nicht zurück wünschen. Aber egal. Es schadet wahrscheinlich nicht. Da ist das E-99. Da ist das E-99. Genau. Was ist das da hinter? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Muss ich schon sagen. Das sind einfach noch schwerere Elemente. Ja. Äh, gut. Äh, wenn es ansonsten hier nichts mehr gibt. Hier, das haben wir ja voll, nicht wahr? Ja, haben wir. Dann können wir ja eigentlich weiter stiefeln. Dann wollen wir mal gucken. Köpt'n Renko, ich kann es eigentlich kaum fassen. Ich habe über 50 Jahre lang auf Sie gewartet. Aber für Sie waren es nur Sekunden, nicht wahr? Erinnern Sie sich an den Turm, zu dem ich wollte? Ich bin dorthin zurückgekehrt. Schien wir der vernünftigste Ort. Kommen Sie schnell, es gibt viel zu besprechen. Und halten Sie die Augen auf. Ich habe eine gemeinsame Freundin zu Ihnen geschickt. Hm, 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 hm. Ist doch bestimmt die Kollegin, die wir da schon mal gesehen haben, oder? Gucken wir mal ins Filmarchiv. Vielleicht klärt es uns ja auf. Was wackelt da? Eine nicht ganz so gelungene Pflanze. Okay. Pflanze 12. Experiment Log E-99 Rift Teleportation. Achso, ich höre die Hüsse. ...indem ein menschliches Wesen in einen Spalt geht. Ich werde meine Beobachtungen beim Hindurchgehen aufzeichnen. Ich vermute, ich werde bei Spalt 6 wieder herauskommen, der mit diesem hier verbunden zu sein scheint und bei den Docks aufgetreten ist. Ich gehe jetzt hinein. Es kitzelt leicht, sogar durch den Anzug. Es ist nichts Außergewöhnliches zu sehen. Und wie man sieht, keine bemerkenswerten... Abschalten! So viel dazu. Doch, doch, schon irgendwie bemerkenswerte... Ja, Resultate oder Nebenwirkungen. Maximale Erste Helfenpäckchen. Was haben wir denn hier? Senior Techniker Dmitriyev. Dmitriyev, okay. Etwas stimmt nicht mit meinem Bunsenbrenner. Er funktioniert nicht. Selbst wenn das Ventil vollständig geöffnet ist, können Sie ihn sich ansehen, Ivan. Ja, nur aufdrehen wird nicht reichen. Aber okay. Verbesserer. Dr. Barisov kann die E99-Technologie, die Sie finden, einsetzen, um Upgrades für das ZMG zu entwickeln. Für das ZMG, aha. Benutzen Sie diese Station, um Ihr ZMG zu verbessern. Das können wir mal probieren. Nö, nö, nö. Bleib mal offen. Bleib mal offen, Junge. Genau. Verbesserer. Scharfschützer erhöht Präzision bei allen Waffen. Aha. Kaufen Sie ZMG-Ausrüstung mit E99-Technologie. Es kann nur so viel Ausrüstung angelegt werden, wie Ausrüstungsplätze zur Verfügung stehen. Äh, wie viele stehen denn zur Verfügung? ZMG-Verbesserer. Ja, setzen Sie E99-Technologie ein, um bestimmte ZMG-Kräfte zu verbessern. Was denn? Impuls erhöht den Schaden und Rückstoß. Ah, ja. Impuls, stimmt. Den hätten wir auch mal ausprobieren können. Wobei so richtig tolle Nahkampf hatten wir jetzt nicht, ne? Wahrscheinlich werde ich's verklatschen. Ich seh das doch schon. Und Heldenverbesserung? Äh, setzen Sie E99-Technologie für Heldenverbesserungen ein. Heldenverbesserungsboni werden sofort wirksam. Waffenupgrade. Kaufen Sie ein Waffen-Upgrade mit E99-Technologie. Aha. Ich bin überfordert. Scharfschützer erhöht Präzision bei allen Waffen. Ja. Ist das jetzt hier eine normale Waffen-Aufrüstung oder... nicht so. Bei allen Waffen. Ich bin mir nicht sicher, offen gesagt. Wir haben zwar ein bisschen E99, aber ich... Keine Ahnung, ob wir es jetzt machen sollen. So ein komischer Waffen-Verbesserungsschrank, den wir schon mal gesehen haben, der ist jetzt hier irgendwie nicht vorhanden, oder? Ja, was ist das hier? Bio-Formel, Entwürfe. Oh man, mit Entwürfen und Formeln kann Barisov neue Upgrades für Sie entwickeln. Wenn Sie einen Entwurf oder eine Formel gefunden haben, wird das Upgrade automatisch am Verbesserer verfügbar. Helden-Upgrade-Entwürfe entdeckt. Widerstandskraft. Aha, das wird jetzt da hinzugefügt. Erhöht die maximale Gesundheit. Oh, das ist was Gutes für mich, glaube ich. Verbesserer mit E99-Technologie aufrüsten. Ja, pass auf, das probieren wir jetzt mal. Also, ich gehe an den Verbesserer. Ich gehe zu den Heldenverbesserungen wahrscheinlich. Genau, Widerstandskraft. Aha, vier Stufen. Preis 1000, das klingt gut. Das machen wir einfach mal. Wir könnten sogar theoretisch noch einmal eine Verbesserung nehmen. Oder wir nehmen hier mal sowas. Scharfschütze, warum nicht? Eins davon und eins davon. Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns noch irgendwie was aufheben sollen. Oder wir machen ja auch noch eine Impuls-Aufrüstung. Komm, wir machen das einfach mal. Ja, und... Widerstandskraft. Keine Ahnung. Wenn wir irgendwie immer noch ganz, ganz oft sterben, dann machen wir das auch noch. Ich hebe mir den Rest jetzt mal eben auf. Und wir gucken mal weiter. Genau. Wir gucken erstmal... Ja, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wahrscheinlich hier runter, oder? Mal gucken. So, wir haben jetzt nur die beiden Waffen hier. Sehe ich das richtig? Wir machen hier mal eben Reload. Genau. Sieht gut aus. Und hier unten, hier war ja eben eine... Ah, na, guck an. Um Mad-Kids zu erneuern und die Erste-Hilfe-Pakete konnte ich nicht lesen. Aber ja, wir können die Kiste erneuern. Ah, sehr nice. An sich sehr nice. Allerdings sind wir schon hochgepowert. Hier kommen wir... Auch irgendwo... Ah, da ist so ein Waffen-Dingsi-Schrank. 8. 8. Mai 53. Wir haben das Anti-Schwerkraft-Modul erneut getestet und wieder hat es versagt. Dieses Mal ist das Testobjekt durch den verstärkten Boden gebrochen. Ivan wäre fast zerquetscht worden und entkam nur knapp, was sehr bedauerlich ist. Okay. Ich kann ihn nicht ausstehen. Ach so, das ist tatsächlich so gemeint. Senior Techniker Dmitriev. Die Dmitriev. Dmitriev. Ja, das ist ja nicht so nett jetzt. Hier. Irgendwas machen? Nee. Scheinbar nicht. Nee, scheinbar nicht. Was, was, was? War da was? War da was? Ah, hier ein bisschen Technologie. Okay. So, da haben wir einen Schrank. Wir gehen erstmal an den Schrank. Mal eben sehen, was da so verfügbar ist. Genau. Wir können uns die anderen Waffen spawnen. Äh, wir können verbessern. Wie war das hier? Äh, einfach so? Okay. Äh, das Gewehr. Ja, die Dings da, die Shotgun und das, äh, Scharfschützengewehr. Aha. Was können wir denn hier verbessern an der Rifle zum Beispiel? Preis 1. Ach so, wir haben ein Waffentechnologie. Ah, meine Güte. Eine Waffentechnologie auf, äh, gesammelt. Da können wir jetzt hier was verbessern. Hoher Schaden. Schaden der Waffe. Können wir an sich machen? Ich weiß nicht, was da am sinnvollsten ist. Oder ein bisschen mehr Magazin. Müssen wir nicht so oft nachladen. Wir machen das einfach mal. Weil wir es haben. Jetzt haben wir es nicht mehr. Genau. Jetzt können wir nochmal nachladen, ne? Um ein bisschen aufzupowern. Gut, 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 gut. Es ist alles ziemlich viel so an Upgrades und Verbesserungen und was man wie, wo verwenden kann. Und Pippo, ist das ein Verbesserer? Oder was ist das? ZMG Upgrade. Also. Aha. Noch ein paar Schweißnähte werden ergänzt. Jetzt fragt man sich natürlich. Was für eine Special-Funktion kommt jetzt dazu? Jetzt endlich Bluetooth in unserem Schminkspiegel. Ich weiß es nicht. Ah, da haben wir es. Schwerkraft. Drücken Sie E. Aha. E, um Objekte aufzunehmen. Mit Maus 1 können Sie Objekte werfen. Äh, so ein Gravity-Ding Sie, ja? Aha. Da wird uns das so angezeigt. Mit E kann ich das jetzt aufnehmen. Ah, ja. Tatsache. Okay. Ist ein sehr, sehr schweres Objekt scheinbar. Dafür ist also E da. Ja. Und wenn ich rechts drücke, dann passiert nichts. Und wenn ich einen Mittelklick mache, dann ist das immer noch dieser Angriff. Oh, jetzt habe ich fast das Ganze, hier die ganze Energie aufgebraucht. Stimmt ja. Das verbraucht ja Energie. Gut. Da haben wir also noch eine Special-Funktion. Ja, schön. Ähm. Auch durch die Scheibe durch agieren. Nee, nicht so. Können wir denn zurück? Nein. Nein, können wir nicht. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendetwas machen. Irgendetwas tun. Vielleicht müssen wir dieses Objekt ja hier hin tun. Oh. Das war unerwartet. Das Ding steckt auch da oben fest. Äh, was? Erneuern sie den Munitionskern? Irgendwas? Wir müssen hier wahrscheinlich gleich irgendwas erneuern. Ich war jetzt so verwirrt. War jetzt so perplex von dem Runterfallen, was ich gar nicht gelesen habe. Nee, das war jetzt Kuh. Okay. So, hier öffnen. Munition. Ah, Munitionskiste stand da wahrscheinlich. Nicht wahr? Ja, ich höre da doch jemanden. Aha, so kann ich auch zur Waffe wechseln durch Ranzoomen. Ja, ja, ja. Das ist aber auch nicht so schlecht. Ah, lass mich raten. Also, zunächst einmal, wir können da irgendetwas aufnehmen. Achso, die Ampulle haben wir zu uns geholt. Oh, das ist ja praktisch. Tatsächlich, wie die Gravity Gun. Da hat sich aber jemand was abgeguckt von, äh, ne, Half-Life. Ähm. Achso, was ich sagen wollte. Genau, wir können doch bestimmt irgendwie, äh, ich dachte die Flammen stärker darunter schießen lassen oder so. Aber, nee, nicht so. Schön wär's gewesen, oder? Ja.